1908 Der Live-Radio LASK-Podcast Immer LASK, immer LASK, ey, ey! Mit Georg Duschlbauer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio LASK-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Und heute zu Gast freut mich sehr der jüngste Spieler im LASK-Kader, 20 Jahre jung, Elias Havel. Servus. Servus. Elias, erste Frage, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein hell alkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Ich muss natürlich das Wasser nehmen. Ist ja egal, kurz vor dem Europa-Kampfspiel geht nicht anders. Ich nehme wie immer ein Urtyp. Eli, ja, geboren und aufgewachsen in der Bundeshauptstadt in Wien. Wie hat denn deine fußballerische Laufbahn damals begonnen? Ich glaube, erste Station war ja Simmering, wo Herbert Prohaska auch hier ist. Genau, also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich schon immer Fußball geschaut habe und wollte auch im Verein spielen. Habe dann tatsächlich aber davor mal Flagg-Football gespielt, weil meine Eltern mich erst dann nicht in den Verein lassen wollten. Und habe dann mal ein Probetraining gemacht bei der Ausdrucker-Mechinen. Das war, glaube ich, so mit sieben oder so. Da bin ich leider nicht aufgenommen worden, habe richtig geweint. Und ja, dann habe ich es nochmal probiert bei Osborn SC. Das ist auch direkt neben mir. Das ist auch der Verein, wo der Herbert Prohaska, glaube ich, zum Spielen angefangen hat damals. Und Simmering ist gleich, also der Platz ist zwei Minuten entfernt. Und dann habe ich es dort gemacht und habe mir halt auch aussuchen können, ob ich beim Osborn anfange oder bei Simmering. Und habe mich dann für Simmering entschieden. Wie ist es dann weitergegangen bis zur Akademie, weil du bist dann quasi von Wien nach Salzburg übersiedelt. Da war auch noch was dazwischen, oder? Ja, also nach Simmering habe ich bei der Vienna gespielt. Ich glaube, so ein, zwei Jahre sowas. Dann bin ich, glaube ich, in der U11 zu Austria gewechselt. Da habe ich ein paar schöne Jahre verbracht. Da haben sie dich dann genommen, beim zweiten Anlauf. Ja, genau. Da wollten mich dann unbedingt. Aber, ja, und dann mit 13 oder Anfang 14 bin ich dann zu Salzburg gewechselt. Warum hat es nicht eigentlich von Wien nach Salzburg verschlagen? Wie hat es dir das ja gegeben? Weil Akademie hätte es ja in Wien auch gegeben. Ja, aber ich glaube einfach, Red Bull war damals auch schon so, hat einen guten Stellenwert gehabt in Österreich. Und, ja, dann haben wir halt eine Einladung bekommen. Mal die Akademie anzuschauen. Und da war ich halt ziemlich beeindruckt von dem, was die alles dort haben. Und, ja, dann war es für mich eigentlich klar, dass ich da hin will und das mal ausprobieren will. Beziehungsweise die Chance nutzen will. Und der Wunsch, Fußballprofi zu werden, war der immer schon da, dann auch, wie du in der Akademie angefangen hast, oder hat sich das dann mit der Zeit dann ergeben? Ja, der war immer schon da, seitdem ich acht bin. Heuer im Sommer dann der Wechsel zum Lask. Warum hast du dich für den Lask entschieden eigentlich dann im Endeffekt? Ja, Lask hat mir gleich ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe viele Gespräche geführt und habe mir auch das Stadion anschauen dürfen. Und dann war es eigentlich für mich schnell klar, dass ich da unbedingt hin will und alles geben will. Ein Trainer, Thomas Sageda, kennst du ja aus Lieferinger Zeiten, wo er Co-Trainer war. Inwieweit war er da auch die treibende Kraft, dass er dich zum Lask holen wollte? Ja, es war jetzt nicht so, dass es nur der Trainer war, sondern auch der Verein. Aber natürlich, den Trainer, den kenne ich halt vom Liefering. Ein gutes Verhältnis und sein Wunsch war natürlich auch, dass ich zum Lask komme. Wie gut hast du dich schon eingelebt in Linz? Wie gut gefällt es dir da bei uns? Ich meine, Wien ist natürlich viel größer, aber Linz ist, glaube ich, auch ganz okay, oder? Ja, ich will nichts Falsches gegen Linz sagen, aber ich komme natürlich aus Wien. Deswegen ist Wien natürlich ein bisschen besser. Aber nein, es ist schön hier. Ich habe jetzt auch eine schöne Wohnung und fühle mich sehr wohl. Du warst im Sommer einer von vielen Neuzugängen, die zum Lask gekommen sind. Zu einer Mannschaft, die eine eingespielte Truppe war, die erfolgreich war im letzten Jahr. Wie haben dich die Burschen hier aufgenommen in Linz? Ja, ich muss sagen, überraschend gut. Also wirklich, die Älteren haben mich immer mitgenommen, haben mir Tipps gegeben, haben mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mich gut in die Mannschaft einleben kann. Also auf dem Platz sowie neben dem Platz auch. Und ja, ich bin dafür richtig dankbar eigentlich. Wie ist so das Gefüge in der Mannschaft eigentlich? Du bist der Jüngste, es gibt dann sehr viele routinierte Spieler, wie an Robert Schul, an Sascha Horvath, an Thomas Goiginger. Wie funktioniert das? Ja, ich glaube, natürlich ist der Altersunterschied da. Aber ich glaube, wir verstehen uns trotzdem super, auch wenn sie ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Aber ich glaube, wir kommen gut aus für den Schmäh, sind aber auch ernst. Also ist alles dabei und ja, richtig geile Kameraden, muss ich sagen. Ein paar Runden hat es gedauert, bis du dann deinen ersten Einsatz gehabt hast für den Lask in der Bundesliga. Man muss ja sagen, der Einstand war perfekt. Wir sind reingekommen gegen Tirol, erstes Bundesligaspiel, erster Ballkontakt, erstes Tor. Aber ich glaube, das hat noch niemand vor dir geschafft. Das ist historisch gewesen. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Wie war das Gefühl? Beschreib es einmal, wenn man einmal drauf hat auf die Kugel und die ist gleich drin. Ja, also ich wollte unbedingt halt spielen und bin reingekommen. Und ja, weiß ich nicht, dann habe ich ein bisschen spekuliert auf den Rückpass und war eigentlich direkt vor dem Tor. Aber man dachte, ja, jetzt habe ich schon oft im Training geübt. Einfach raufhauen auf die Kugel und dann war er drin. Und ja, eigentlich merkt man das erst nach dem Match, wie, also unter Anführungsstrichen besonders es war. Aber im Match war es einfach nur, ja, einfach ein geiles Gefühl, hol mir den Ball und weiter und wollte das Spiel noch gewinnen. Ist leider nicht ganz ausgegangen, aber trotzdem natürlich die erste Bundesliga-Treffer. So etwas raumt man sich wahrscheinlich ganz, ganz groß ändern. Wie war für dich eigentlich dein erster Einsatz dann in der Raiffeisen-Arena? Ja, weil, ich meine, du warst vorher Lieferin gewohnt, ich sage mal, da ist der Zuschauer-Andrang doch eher überschaubar. Und dann spielt man da vor der schwarz-weißen Wand. Wie war das? Ja, ich habe ja das erste Mal schon gespielt gegen Vienna im Testspiel, glaube ich. Da waren schon ein paar Fans da. Auch ein bisschen mehr in der zweiten Liga, muss ich sagen. Aber ja, da war es schon eine geile Stimmung. Und ich muss sagen, ja, beim ersten Spiel ist man schon beeindruckt, muss ich sagen. Aber ich hatte irgendwie mehr Vorfreude, als dass ich nervös war. Also es war einfach, es pusht einen einfach, finde ich, wenn so viele Fans da sind, die uns unterstützen einfach und die Krawall für uns machen. Ich glaube, die Fans in Linz, die sind schon besonders auch, was Stimmung betrifft, oder? Extrem, ja. Also sind schon richtig gut. Wenn dir vor einem halben Jahr wer gesagt hat, Elias, du wirst im September von Anfang an gegen Liverpool spielen, gegen einen Virgil van Dijk, was hättest du da gesagt? Red kein Blödsinn, hätte ich gesagt. Nein, also genau das hätte ich gesagt, glaube ich. Aber so schnell kann es gehen anscheinend. Wie war es gegen Liverpool eigentlich? Du warst sogar in der Startelf. Da kommt eine Mannschaft, die Spieler, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt oder von der Playstation im Prinzip. An der Seite steht der Jürgen Klopp, einer der erfolgreichsten Trainer weltweit. War euch das wurscht? War dir das wurscht? Ich meine, du bist nur ein sehr junger Spieler oder... Ja, ich komme noch innen im Spielertunnel. Da habe ich mir gedacht, na puh, der Konate, Van Dijk schauen noch mal dreimal so groß aus wie im Fernsehen. Also was das für ein Monster waren. Aber dann, wo ich am Platz gestanden bin, habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das ist Liverpool. Und ich habe eigentlich nichts zum Verlieren. Deswegen probiere ich mein Bestes zum Geben. Und wenn ich einen Ball verliere, dann macht es auch nichts, dann kämpft man wieder zurück. Und dann schießt der Flecke das 1-0. Das war ja irgendwie, ja, also extatisch, oder? Wie war es für euch am Platz? Wir haben es ja auch im Training geübt, einen Tag davor. Und da ist mal gar nicht aufgegangen. Das wurde er erzählt, der Flecke. Er hat gesagt, lass uns lieber wieder. Und umso überraschter war ich eigentlich, weil ich habe die Variante eigentlich so... schon vergessen gehabt. Kommt der Ball nach hinten. Seh nur, wie er einen super Ratsch hat. und dann in den Reihenzimmern. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein. Das war Wahnsinn. Also die ganzen Fans, jeder Auszug, der macht dann noch einen Rückwärtsalto. Das war ein magischer Moment, muss ich sagen. Ja, cool. Gut, dann reden wir gleich über die aktuelle Saison, wie es läuft und was vor uns liegt. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Elias Habel ist zu Gast im Live-Radio LASK-Podcast 1908. Elias, blicken wir mal auf die bisherige Saison. In der Bundesliga sind neun Runden gespielt. Der LASK liegt mit 15 Punkten. Auf Platz 3 sind vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Was für ein Resümee würdest du nach diesen neun Runden ziehen? Ist die Ausbeute in Ordnung? Müsste mehr da stehen? Wie siehst du das? Ja, ich finde dritter Platz ist schwer in Ordnung. Natürlich gab es Spiele, wo wir mehr rausholen könnten, aber das gibt es glaube ich immer. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir ganz zufrieden sein. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir weiter auf dem Gas bleiben und noch mehr Spiele einfach gewinnen. Ihr habt es gegen Liverpool eine super Leistung gezeigt und dann in der Meisterschaft ist 0-0 Hartberg. Dann 1-2 gegen den WRC. Warum hat man diesen Schwung irgendwie nicht mitnehmen können? Diese gute Leistung gegen Liverpool, warum ist es in den letzten zwei Spielen nicht ganz so rund gelaufen aus deiner Sicht? Ja, es ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube gegen Liverpool hat zumindest mal jeder alles reinkommt, was geht. Und ja, dann, ich will jetzt keine Ausreden suchen, aber ich glaube, dass man dann halt ein bisschen müde vielleicht ist gegen Hartberg. Auf keinen Fall sich unterschätzt, aber einfach, weil man eben drei Tage vorher gegen Liverpool gespielt hat. Und ich finde aber, wir haben es trotzdem in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Hätten auch noch in Führung gehen können, aber ich finde, das war auch ein verdientes Unentschieden. Das war ja das Spiel gegen Hartberg und gegen den WRC, ja, nicht ganz so rund gelaufen. Da hätten wir sich alle, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Ja, ich glaube, nicht nur ihr, sondern wir als Mannschaft auch haben den Anspruch, sicher da drei Punkte mitzunehmen. Aber ich glaube einfach, ja, dass wir ein bisschen den Mut verloren haben nach dem 1-0 und dass wir da einfach auf dem Gas bleiben müssen und gegenseitig pushen. Wieder wie gegen Liverpool, da ist einer für den anderen grant. Das ist, wenn ich einen Fehler mache, ist da Beispiel der Sascha grant. Wenn der Sascha grant ist, bin ich grant. Genauso müssen wir es einfach wieder aufs Spielfeld bringen. Und ich glaube, das zeichnet uns im Normalfall auch aus. Und ich glaube, wenn wir es wieder schaffen, dann werden wir wieder erfolgreich sein. Was hat sich nach diesen neuen Runden überhaupt schon in der Liga herauskristallisiert? Wenn man sich die Tabelle anschaut, vorne ist wieder Salzburg-Sturm mit ein bisschen Abstand schon mittlerweile. Und dann ist eigentlich alles relativ knapp beieinander. Wie schätzt du die Liga heuer ein? Ja, Salzburg ist natürlich jedes Jahr ein Titelkandidat. Nicht um so uns, glaube ich, zehnmal hintereinander. Meister geworden. Die Zicke, gefühlt, zwanzig. Sturm sowieso auch in den letzten Jahren richtig gut gemacht. Auch am zweiten Platz jetzt, glaube ich, auch schon öfter gewesen. Und ja, ich finde, wir machen es auch richtig gut. Wir haben eine neue Spielphilosophie. Und ich glaube, wenn wir richtig Gas geben, dass wir sicher gute Chancen haben, einfach oben mitzuspielen. Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 kmh. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar. Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut. Schauen wir auf den nächsten Gegner. Das ist in der Europa League der FC Toulouse. Die haben sich durch den Sieg im Cup für die Europa League qualifiziert. Liegende Meisterschaft aktuell auf Platz 11 nach sieben Runden. Ihr werdet wahrscheinlich schon ein bisschen was gesehen haben von Toulouse. Was wird euch da erwarten in Frankreich? Was wisst ihr schon über den Gegner? Ich muss ehrlich sagen, so viel weiß ich noch nicht über den Gegner. Aber ja, französische Liga, Top 5 Ligen. Eben haben den Pokal gewonnen. Haben, glaube ich, einen Unischen gegen St. Chiloua, oder? Ja, sie haben 1-1 gegeben. Ja, also auf jeden Fall nicht zum Unterschätzen. Also ich weiß gar nicht, ob wir da der klare Favorit sind oder dieser klare Favorit. Also ich glaube, das ist ungefähr auf Augenhöhe jetzt vom Namen her. Aber ich denke auch, wir müssen da wieder wie gegen Liverpool alles reinhauen, komplett wach sein, jeder für den anderen alles geben. Und ich glaube, wenn wir es dann wie gegen Liverpool machen, dass wir sicher was aus Frankreich mitnehmen können. Das Stadion in Toulouse ist übrigens derzeit auch Austragungsort der Rugby-WM. Ich hoffe, der Rasen ist nicht recht umgeackert dort. Ja, hoffe ich auch. Bin gespannt. Am Sonntag geht es dann in der Bundesliga weiter mit dem Heimspiel gegen Alltag. Ein Spiel, wo sicher jeder sagen wird, alles andere als drei Punkte für den Lask wären wahrscheinlich eine Enttäuschung. Also wie siehst du da die Ausgangslage? Ja, ich würde es nicht so sagen, aber natürlich unser Anspruch, jedes Spiel zum Gewinnen. Genauso wie das Spiel gegen Alltag. Da wollen wir natürlich die drei Punkte überhaupt zu Hause einfahren. Aber man darf nie den Gegner unterschätzen. Also das ist jetzt kein Sieg, der von alleine geht, sondern das ist, wie ich schon gesagt habe, wir brauchen unsere Prinzipien, wir müssen scharf sein, wir müssen mutig sein. Und nur so können wir dann drei Punkte mitnehmen. Gegen die letzte Vorarlberger Mannschaft hättest du fast ein wunderschönes Tor geschossen gegen Lustenau mit dem Ferserl. Wie sehr hat es das dann geärgert, dass das nicht gezählt hat? Ja, brutal. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie aberkannt werden kann oder so. Ich habe ja extrem gejubelt auch. Und ja, hat man dann gedacht, ich war doch nicht im Abseits oder was war denn da los? Und habe es im Spiel eigentlich gar nicht checkt, warum das überhaupt aberkannt worden ist. Erst dann halt danach, wo ich gesehen habe, dass der Marin, glaube ich, im Abseits war. Und das aber auch eine strittige Situation war, weil das irgendwie ein abgefächter oder unkontrollierter Ball vom Lustenauspieler war. Aber er hat mich dann brutal geärgert. Aber ich habe dann auch das Assisten machen können und wir haben auch gewonnen. Also da war ich dann schon froh drüber. Aber solche Tore schießt mir auch nicht oft. Oder hast du schon einmal geschossen in der Halt? Nein, glaube ich nicht. Ja, schade. Nur im Training. Vielleicht ergibt sich die Situation noch einmal in dieser Saison. Hoffentlich, ja. Du lässt uns ein bisschen über deine persönliche Zukunft sprechen. Gibt es Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast, die du erreichen möchtest in deiner Fußballerkarriere? Ich habe mir jetzt keine konkreten Ziele zum Beispiel für diese Saison gesetzt. Aber natürlich ist mein Ziel schon mal irgendwann in den Top-5-Ligen spielen. Ich glaube, das ist von fast jedem Fußballer ein großer Traum. Was wäre so diese Traumliga, wo du denkst, warte, da wäre es lässig? Ja, mein Lieblingsverein ist Real Madrid. Aber da fehlt noch einiges. Ja, du hast ja nur ein paar Jahre vor dir. Cool. Ich möchte noch eins ansprechen. Du hast sehr große Füße, gell? Ich habe sehr große Füße, ja. Ja, Schuhgröße 45,5, wenn ich richtig informiert bin. Bist du aber gut informiert. Ja, ich bin gut informiert. Ist das ein Vorteil beim Schießen? Also ich habe nie 43er gehabt, deswegen habe ich keinen Vergleich. Aber manche sagen, du hast mehr Fläche zum Schießen. Manche sagen, mehr Fläche, dass der Ball wegspringt. Brauchst du da extra Schuhe, extra Anfertigungen oder gibt es die Größe eh normal? Nein, gibt es normal bei, also ich trage die Nike. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Phantom, Venom oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Es waren früher die Hyper-Venom, so ähnliches Modell. Aber da gibt es normal 45,5. Wie schaut es in Sachen Nationalteam aus? Vor allem U21-Nationalteam. Da steht ein Spiel an gegen einen sehr prominenten Teamchef auf der anderen Seite, demnächst in Ried. Thierry Henry gegen Frankreich. Ach so, gegen Frankreich. Ja. Ich habe mir jetzt schon gedacht, weil ich habe jetzt schon unsere nächsten zwei Gegner gedacht. Ich habe mir gedacht, ist der bei Norwegen oder Slowenien Trainer? Nein, der ist bei Frankreich. Wird wahrscheinlich ein geiler Moment, den mal zu sehen. Also aus den Interviews, die ich immer sehe, während den Premier League spielen, sind legendär. Und ich bin gespannt, was der so für eine Ausstellung hat, wie der so auf der Coaching-Zone ist. Also freue mich schon. Wie schauen überhaupt die Ziele mit dem U21-Nationalteam aus? Wie gut läuft es dort? Ich glaube, unsere Ziele sind auf jeden Fall zur UEM fahren. Das ist unser großes Ziel. Wie schätzt du dort Chancen ein? Ich glaube, sehr gut, weil wir haben eine richtig gute Mannschaft. Nicht nur individuell, sondern auch Bayern sitzt das erste Mal dort. Ich kenne aber schon eigentlich fast alle Spieler von den letzten Jahren, Nationalteam U19, U15 und auch mit vielen schon zusammengespielt bei anderen Vereinen. Und ich glaube, dass es eine richtig geile Truppe ist und dass es auch dort jeder für jeden alles gibt. Elias, dann sage ich danke, dass du Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Wünsche mir einen guten Flug nach Toulouse. Danke. Und hoffen wir, dass du natürlich mit Punkten heimkommst wieder. Alles Gute und danke dir. Danke. Danke. Ja und danke natürlich auch an euch wieder fürs Zuhören. Auf www.liveradio.at auf Gewinnspiele könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats Oktober abstimmen. Also wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats Oktober? Zum Urtypen des Monats September habt ihr unseren heutigen Gast Elias Habel gewählt. Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp. Den Live Radio Lask Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at in der Live Radio App und auf Spotify. Also gleich abonnieren am besten. Und wenn ihr Fragen habt, eine E-Mail an podcast.liveradio.at schicken. 1908 Der Live Radio Lask Podcast